Gustav! Herr Baron! Es ist September, wo bleibt das köstliche Rocher? Ich weiß, Herr Baron, die Sommerpause ist zu Ende. Ferreiro Rocher, ab September wieder frisch bei Jörg Kaufmann. Ich kann nicht länger warten, Gustav. Herr Baron, ich werde gleich nochmal nachfragen. Sofort, Gustav, sonst werden wir noch die Letzten sein, die Rocher genießen. Adel verpflichtet.